Musik So, willkommen Halt deine Fresse, du Fettsack So, ja, er ist fett Also, willkommen zu einer nächsten Folge von Slender 8 Pages Und diesmal wird mein Freund zocken Also, ihr müsst zufrieden sein, wenn ich mich mal von den Pixeln nicht erschrecken lasse Und zu ersetzen oder so finde Weil ich bin in dem Spiel so schlecht Er hat gerade mich angespuckt Er hat mich wirklich angespuckt Oh Gott, diese Pixel, diese Pixel Sie machen ja alles Okay, warte, nein Lass dich nicht von Pixeln erschrecken Ich lass mich von Pixeln erschrecken Junge Pixel Junge 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 Du musst zuerst zum Haus finden Wo ist das Haus? Ich glaube, ich weiter links, ich weiß nicht Geh einfach mal da Genau Weg, ich hasse Weg Nein, warte, aber da ist das Haus, glaube ich Wenn da ist das Haus, ist es gut Bei meinem Glück ist natürlich wieder das Lender gleich ganz am Anfang da Es ist das Haus Ja, es ist das Haus Vertrau mir Ist das Haus? Scheiße Ist das Haus? Scheiße Weiß was? Spiel du weiter, ich muss mal kurz scheißen gehen Ich scheiß doch gerade hier, also mach das doch auch Gott, scheiß Gleich habe ich ne Seite Gleich habe ich ne Seite Gleich habe ich ne Seite Ich rede hier laut genug, oder? Geh trotzdem ein bisschen näher Oh Gott, ich will nicht näher gehen Ich lass mich vom Pixel erschrecken Es ist schon wieder da, die Seite Vielleicht hast du genauso viel Glück wie ich Und jetzt kommt er Jetzt kommt er Lässt du Kannst du jetzt bitte weiter zocken? Jetzt kommt er Jetzt täte der dich Jetzt bist du gleich tot Entschuldigung Händst du dich um? Hörst du seine Schritte? Nein Hörst du seine Schritte und er sagt Nein Bitte zurück, du weiter komm Alter, ich hab ne Seite gefunden Ich hab ne Seite gefunden Hast du das gerade gehört? Ja, ich hab das gerade gehört Er war gerade da So Leute, jetzt Du hast gerade meine Morse verrückt Ja, das war ich Oh Gott, ich geh am Weg Scheiße Was ist er? Nein, doch nicht War doch nicht mehr Scheiße, mir ist ein Dings runtergefallen Scheiße Nein, ein Dings runtergefallen Scheiße, ich hör was Ich hör was Ich hör was Du hörst was? Ja, immer wenn das kommt Immer wenn das kommen ist Ist er da gewesen Kann ich dann nicht trennen? Doch, aber wenn ich die Taschenhaut ausmachen Und ich will die Taschenhaut Nein Äh, drück Diese Taste Diese Taste Diese Taste Decken Die Taste Schau Tu wir da an, tu wir da an, tu wir Was? Dann du doch nur nach unten Teiser Ah Junge 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 Alter, kommt die Mutter, sollen wir uns umdrehen? Na, jetzt macht man nichts mit Mutter Junge Junge Du hast doch keine Eier dafür, dass du dich umdrehst Wett mal Ne, mach Ah, wenn ich sterbe, dann bist du schuld Da war gerade was, Alter, du warst am Boden Echt? Ja Dann räh du dich um Dann zog's aber auf dem Alter Nein Scheiße, ich bin am Ding Ja eben, und ich glaube, ich hab da gerade was stehen gesehen Ich hab meine Mutter gerade da stehen gesehen Ja, auch mit deiner Mutter, jetzt spielen wir noch mal Ja, das ist ja deine Mutter Das war Slendy Oh, Scheiße Ohje Ohje Weißt du seine Schritte? Hörst du seine Schritte? Er ist schon ganz nah Ja Gleich Scheiße, ich geh die ganze Zeit am Weg entlang Hihihi Deine Mutter Wie? Oh, haha Oh, haha Oh, haha Oh, haha Komm, Alter Junge Du kannst es auch so machen, dass du dich umbringst Was hätten wir, wenn sie jetzt stehen, dass sie sich hinter dir Komm jetzt Ich höre, wieso gehe ich weiter, ich will nicht mal weitergehen Na, ehrlich Ich will aufhören und sofort sterben Äh, kommt näher Weil weißt du das? Ich weiß nicht, hör immer Wenn du gehst, ist das ein Zünd, Zünd, krass Und ich höre immer so ein Klack, Klack Immer wenn du weiter gehst, Klack, Klack Und jetzt ist immer, jetzt ist kurz lauter geworden Klack, Klack Recht ist So Ich will nicht mehr Immer wenn Soll ich mich sterben lassen? Komm, dann dre dich Dann dre dich jetzt noch mal um Nein, jetzt will ich mich aber nicht mehr noch mal um Der Link war Der Link war das Lendi, der ist da ist da Ich habe mich gesehen, mein Desmond Ah, bomb Dreh dich, dann stirbst du Dreh dich dann stirblich Ja Dann spielst du weiter Scheiße Scheiße No Ja. So. Okay. Soll ich mich sterben lassen? Ja, dreh dich endlich um. Na, schau. Da ist er ja. Ah! Hallo gleich, ich doch nicht. Oder doch? Nein, doch nicht. Du meinst, wenn ich mich jetzt so nach links drehe? Ja. Oder vielleicht doch so? Oder vielleicht doch so? Oder vielleicht doch so? Oder so? Oder so? Oder so? Oder so? Auf zwei Meter nahe gekommen. Eine Seite. Dann bist du schlecht. So, komm jetzt. Jetzt machst du weiter. Ich hasse dich dafür. Ich weiß genau, deswegen hab ich's ja gemacht. Aber es ist geil, eins Länder zu suchen. Ich will ihn so richtig schön verarschen. Warte kurz. Warte kurz. Ich muss kurz... Ich find das... Aber ich fand diese Folge jetzt gerade von dir ein bisschen lustiger. Weil... Und nicht zu erschreckend. Weil... Du bist ja oder so. Oder so. Okay. 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 Ähm... Ja, okay. Jetzt kann ich ja wieder nach vorne. Jetzt zockst du und jetzt zockst du an dich, Bro. Hä? Warte. Scheiße. Ich hab mich jetzt nicht bei mir erschreckt. Dafür haben die Zuschauer jetzt ein Gehörschaden. Ich übrigens auch. Ja. Okay, cool. Da ist, glaub ich, der alte Baum. Der alte... Ja, der alte Baum, der kommt ja gleich. Der kommt gleich am Weg. Ja, schon. Nur, ich geh jetzt so zum Haus und dann gehen wir hier wieder zurück. Zum alten Baum? Ja. Aber, weißt du, es ist irgendwie... Irgendwie haben sie das Herd. Das sag ich vielleicht schon das zweite Mal, aber ich glaub sie haben... Ich hab die neue Version jetzt von Ding, gell? Von Slender? Scheiße, da ist das Teil. Die Säule. Ja. Scheiße. Der Zaun. Leck mich. Leck mich. Der Baum, der kommt da gleich. Weißt du, was seit heute mein Lieblingswort ist? Leck mich? Genau. Ich hab halt das in der Schule mindestens 50 Mal gesagt. Bei den Lehrern ein bisschen leiser, also. Ich bin bei den Lehrern lautesten. Spaß. Ich mein, ich bin ja kein Hardbook-Corp oder... Was war das Gott? Was? Slendy? Ne, nix, Slendy. Ja, aber da war doch so wieder... Es war jetzt schon ein Klack. Leck mich. Ja, einmal hat er mich schon... Gleich am Anfang... Da ist er... Nach Nullseiten habe ich mich umdreht und... Steht er dahinter? Ich weiß es nicht. Willst du mich verarschen? Seht ihr den? Habt ihr den Fake? Ich hab jetzt gerade ein leises Klack gehört. Da ist er doch gerade gestanden. Ist er das? Ist er das? Geben wir jetzt auf Slendy Suche? Ja, geht ja. Jetzt gehen wir auf Slendy Suche. Jetzt drehen wir den Spieß um. Let's umdrehe Slendy. Aber ohne Seiten, damit es ein bisschen... Spannender wird. Und wenn wir ihn haben, dann verarschen wir ihn. Junge! Jetzt gehen wir die ganze Zeit mal nur am Weg. So sieht's aus. Na warte, ich hole mal die erste Seite. Also die Seite hat er schon... Das Klack-Klack. Ich weiß nicht, ob das er ist. Oder die Seite. Oder auch wir. Lecker Seite. Leave me alone. Ja komm, Alter. Leave me alone. Okay. Links klicken. Bin ich ein Roboter? Du bist deine Mutter. Leid mich. Leid mich. Gehen wir jetzt... Ja, jetzt ist er näher. Jetzt ist er lauter. Das Klack-Klack. Ich will ihn jetzt finden. Slendy? Geh mal aufm Weg. 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 Oh ja, da finden die uns ja leichter. Ich will doch das dem Weg. Komm Junge. Ja. Oh, das ist das Let's Play auch irgendwie angenehmer für mich. Weil ich meine, ich meine, ich hab letztes Mal... Letztes Mal bin ich ja gestorben. Bist ja eh. Hä? Wann letztes Mal? Achso, voriges Mal. Ja, halt. Ja, jetzt eh heute. Nein, nein, ich mein letztes Mal bin ich in Wirklichkeit gestorben. Achso, ja. Wegen Schreckens noch mal eher die Folge lustig. Ja. Gehen wir auf den Weg und warten wir auf ihn. Hallo, Slyny. Wo bist du? Wo bist du, Slyny? Slyny. Los, komm auf die Wege. Ich hab Kekse. Ich hab Schuhe. Ist er hier irgendwo? Glaubst du? Was? Aber ich muss mich jetzt hier wieder runter. Ja, ist das Klack, Klack, ist lauter. Die schwerste zu finden der Seite ist die am Zaun, glaube ich, weil es überall sein wird. Boah, jetzt sehe ich sauviel. Und du? Wieso hast du das ausgeholt? Da kann man dann direkt vor einstehen. Aber ich hab mich jetzt urnicht erschreckt, als der Slyny da war. Ja, ich auch nicht. Ich fand das irgendwie auch lustig. Ja. Ein kleines Slyny, der nichts kann als dastehen, bis wir zwei Sekunden lang in sein Face geschaut haben. Das finde ich jetzt bedrohlich, ja. Ich find's ja am gruseligsten, wenn der irgendwo einfach nur steht. Jetzt hab ich mich jetzt schon ein bisschen, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Weil jetzt wär nicht so hart, weil ich mich von... Soll ich mich umdrehen? Letzten Jahr sicher. Um. Das kann schon großartig passieren. Äh. Also, das kann doch nicht sein. Hallo. Wecklen. Hallo. Wecklen. Hallo. Wecklen. Hallo. Hallo. So, jetzt haben wir... Das nehmen wir uns aus unserer Tampel. Aber noch... Noch sterben nicht. Noch beenden wir die Folge nicht, okay? Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Jetzt stellt er sich ja woanders. Komm, Alter. Der hatte uns ja schon. Hallo. Äh. Abara? Bist du ein Opfer? Hat er Angst verlenkt? Licht? Warte, der hat sich wegtelefoniert. Ist das ein Opferkind? Das kann er doch nicht machen. Junge! Was geht? Ach, was soll's genau? Warte. Komm, Junge. Also echt, manchmal... Ich check... Ich check ihn nicht, gell? Ich check... Ich check seine Logik nicht. Der Mr. Minister. Ich mein, tut mir leid, aber... Der hat sie nicht mal alle. Ich mein, schau, jetzt müssen wir ihn 50... 50 Jahre lang auf die Fresse starren, damit er sich zu uns her teleportieren kann und uns endlich umnieten kann. Okay. Wie er gerade vor uns gestanden ist, habe ich mich nicht so sehr erschreckt. Ja, aber vor habe ich mich ein bisschen erschreckt, als er hinterm Baum gestanden ist, gell? Gell? Ja. Ich weiß ja nicht nochmal, ob das er war. Sicher war das er. Wer war's denn dann? Die Seite. Achso, ich dachte, das war die von der Cafeteria, weißt du? Ah, die fette da. Die fette, ja. Die fette, ja. Ach, das waren Seiten. Wenn wir noch jung waren, das waren nicht Seiten. Ich sag jetzt mal das Wort, die geilen Weiber in der Cafeteria. Die sind geil. Jetzt grad nix. Ne, du ne, mir sitzt. Bei mir drin, nicht drin, nicht drin. Hallo? Ja, hallo, hallo, ciao. Und das Länderspiel beginnt von neuem. Leck nicht. Achso, da war ich jetzt. Hallo? Hallo? Alles kommt, ich, geh, es kommt schon der Umruf. Die Fahrzeugfänger. Jetzt ein bisschen blühen lassen, oder? Jetzt unmasse, auslassen, 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 aus. Alter, so muss Slender durchspielen. Weißt was, das machen wir jetzt immer so. Weil dann teleportiert sich immer wieder weg. Dann teleportiert sich immer wieder weg. Dann teleportiert sich immer wieder weg. Wir nehmen alles ein. Blöde ist jetzt, wir gehen jetzt gerade zum Haus. Und dort teleportiert er sich irgendwo hin, weil das sein Lieblingsplatz ist. Hallo? Hallo? Hey, hast du gesehen? Er sieht so aus wie Walter. Ey, Alter, wo ist er? Legg mich, wo bist du? So, stell den noch da. Er teleportiert sich manchmal weg und dann wieder hin. Schau, ist er wieder weg. Ist er weg? Alter, wieso bindet er sich überhaupt weg, wenn er schon sein Opfer hat? Ja, ey. Ich mein, was hat der für eine Logik? Kann der überhaupt die Kubuck stabieren? Wo ist das Haus? Ist hier die Seite. Wo ist das Haus? Da sollte ja normalerweise auch eine Seite sein. Achso, hier ist das Haus. Aber reingehen will ich nicht, komm, Alter. Oh ja. Nein. Ich geh jetzt rein. Alter, beim Haus, da mach ich nimmer weh, weißt das? Dann steig ich aus, dann steig ich aus. Ja, schleif dich. Ja. 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 Ja.